Die Neuerung auf diesen Markt 2018, Siegburger Weihnachtsmarkt. Der Markt hat eine Stunde länger geöffnet bis 10 Uhr bis 22 Uhr, allerdings dann ohne Kultur. Die Kultur geht bis 21 Uhr. 22 Uhr ist ein Auslaufen des Marktes. Der Markt ist ein Tag länger bis zum 23. Er beginnt vor dem Advent. Der Totensonntag ist natürlich auch geöffnet, allerdings auch ohne Kultur, aber die Stände haben auf und erwarten mannigfaltig das Volk von Salzburg. Emotion pur. Die größte Seat-Ausstellung im Rhein-Sieg-Kreis. Seat Fischer Burtscheid. Direkt an der A3 in Loma.